Bulli, der Eishockey-Podcast. Bulli, der Eishockey-Podcast, die Playoff-Edition. Und ja, ihr wolltet es so, ihr bekommt uns. Und ja, ich sage mal wieder Hallo an Stefan und an Markus. Grüße euch. Hallo zusammen. Servus. Und habt ihr schon richtig Bock auf die Playoffs bei dir? Stefan, sehe ich, ein leichter Bart ist schon da, aber den hattest du, glaube ich, schon die ganze Zeit. Ja, ich habe es mal wieder verpennt, ihn abzurasieren am Anfang. Jetzt, da er eh nicht so wahnsinnig schnell wächst bei mir, behaupte ich einfach in zwei Wochen, ich habe ihn abrasiert. Aber ja, heiß bin ich schon auf die Playoffs. Der Puls gestern war relativ hoch bei mir. Ja, Markus, jetzt mal abgesehen von deinem Team, da werden wir nochmal gesondert drüber sprechen, wahrscheinlich, je nachdem, wie es denn ausgeht. Wie schaut es bei dir aus, Playoffs? Oder sagst du, Eishockey, ich habe jetzt erstmal überhaupt keinen Bock? Ja, es ist am Anfang natürlich schon so gewesen, dass man gerade die Pre-Playoffs nicht so wirklich verfolgt, weil man sehr gefrustet ist von der eigenen Mannschaft. Aber jetzt ab dem Viertelfinale steige ich schon mit ein und schaue immer wieder rein, weil dann natürlich auch einfach die Qualität des Eishockeys so gut ist, dass man das schon gucken kann, auch wenn man jetzt nicht speziell für eines der Teams ist. Ja, und siehste mal, die DEL, die macht natürlich auch einen absoluten Fanservice für uns. Selbst wenn wir gar keinen Bock haben, irgendwie auf Eishockey, dann hauen sie irgendwelche News raus. Nämlich das Winter Game, da müssen wir noch ganz kurz sprechen, mehr oder weniger aktuell Anfang März hat die DEL es veröffentlicht. Das ist 2025, nämlich am 4. Januar genau, mal wieder ein DEL Winter Game, also das Pendant zum NHL Winter Classic geben soll. Und hey, es gibt zwei Standorte, die sich beworben haben, nämlich Düsseldorf mit der Merkur-Spiel-Arena, die Heimstätte der Düsseldorfer EG, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Ja, ja, jetzt hätten wir fast gehabt, von Fortino Düsseldorf natürlich. Und der Deutsche Bankpark in Frankfurt von der Eintracht aus Frankfurt. Und ja, vor allem bei Ersteren habe ich mir gedacht, na ja, das ist natürlich sehr interessant. Ja, ich schaue jetzt mal in die Runde. Markus, was hast du dir gedacht, wenn die DEL mal wieder ankündigt, hey, Winter Game? Ja, es ist natürlich schon immer spannend. Ich glaube, das ist für jedes Team ein Event, das man gerne mal mitmachen würde. Es ist natürlich schade, wenn es sich dann auf einen gewissen Mannschaftskreis, sage ich mal, fokussiert und andere da nicht so zum Zug kommen. Deswegen wäre ich persönlich erfreut, wenn es in Frankfurt stattfinden würde. Ja, also ich finde auch generell, also Düsseldorf ist jetzt langsam ausgelutscht. Das Derby haben wir oft genug gesehen. Es wurde noch kein Gegner announced, aber dreimal darfst du raten, wer da wieder kommt. Ich glaube, es stand auch in der Meldung drin, dass es der naheliegende Gegner wieder wäre, die Kölner Haie. Man könnte aber auch mal gegen Berlin, Mannheim oder andere Städte spielen, die das Stadion voll machen können. Frankfurt wäre trotzdem die bessere Wahl, meiner Meinung nach auch, weil es einfach ein Top-Stadion ist. Ich glaube, die Löwen würden es auch ganz gut hinbekommen. Man könnte dort eine breite Fanbase einladen gegen Schwenningen, eine Art Derby gegen Mannheim, das Derby. Aber auch gegen viele andere Mannschaften sind da für mich denkbar. Ich glaube, auch die Düsseldorfer Babbel, wie wir sie jetzt ein bisschen mitgekriegt hat, ist nicht unbedingt heiß drauf, das schon wieder bei sich vor der Tür zu haben. Ja, und ich glaube, damit können wir es auch großzeitlich belassen. Also ich denke mal, es ist positiv für den Eishockeysport in Deutschland, dass so ein Event, das ja dann auch höchstwahrscheinlich medial auch wieder ganz anders berichtet wird, dass man das in der Liga hat. Und deswegen, coole Entscheidung, DEL, beziehungsweise auch coole Sache, dass Frankfurt und Düsseldorf sich beworben haben. Und jetzt gucken wir mal, wir werden es natürlich weiterhin verfolgen und sehen, wer dann den Zuschlag bekommt. Das soll ja relativ bald geschehen, Stefan, ne? Ja, Ende März soll die Entscheidung getroffen sein. Manche rechnen sogar jetzt schon in der nächsten Woche damit. Da bin ich sehr gespannt. Ich würde mir ja mal München wünschen. Also das ist ja schon lange so ein Traum auf dem Olympiasee mit den natürlichen Tribünen außenrum. Das wäre ein Wahnsinnsambiente. Der passende Gegner steht dann hoffentlich auch irgendwann wieder in den Startlöchern. Mal erwarten. Böser Blick oder entspannter Blick rüber zu Markus natürlich. Ja, die Spitzen musst du leider ertragen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem wäre es ja cool, wenn es zustande kommen würde, München-Augsburg. Das wäre der Hammer, oder? Ich habe ja gerade erwartet, dass Stefan sagt, er würde gerne ein Eishockeyspiel im 60-Stadion sehen. Ist ja auch nicht so weit hergeholt. Gab es ja früher auch schon und wäre natürlich auch ein schöner Ort. Aber wenn man halt einfach sieht, wie der Olympiasee eingebettet ist im Theatron und auf der anderen Seite der Schuttberg eben aufgetürmt, da bräuchte man gar nicht viel machen. Natürlich, wahrscheinlich würde da Red Bull ein großes Event draus machen mit Zusatz-Tribünen und so weiter. Aber der Traum wäre halt wirklich einfach so, die Ränge so lassen, wie sie sind. Das Vollmachen, das Eis auf dem See, auch wenn es dann echt grottig wahrscheinlich ist. Das wäre der Hammer. Oder einfach eine Eisfläche draufbauen, dann wird es ein gutes Eis. Und ein paar Tribünen, einfach das Ambiente, glaube ich, triffst du in Deutschland nicht besser als dort. Ja, also gehe ich mit. Wäre ein cooles Event. Und ja, generell diese Winterclassics, wie gesagt, haben schon immer auch eine mediale Strahlkraft, die für den Eishockeysport ja nur vom Vorteil sein kann. Und ich glaube, die Fans gehen da auch immer gern mit. Ich meine, letztes Jahr war es, glaube ich, diese Serie in Köln oder ist es schon sogar ein weiteres Jahr her? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, letzte Saison war es. Da hat man schon ein bisschen Müdigkeit gespürt. Das war natürlich auch der Arena geschuldet, dass man da nicht rein konnte, war das, meine ich. Aber abgesehen davon ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserer ersten Pre-Playoff-Partie. Weil wir schauen jetzt zurück auf die Pre-Playoffs, nämlich Köln und Ingolstadt. Und da hatte Köln Hallenprobleme. Ja, also so wie man es halt kennt in Köln, Halle belegt, muss man schauen, wie man die Spiele organisiert bekommt. Aber letzten Endes hat es ja dann doch noch irgendwie geklappt. Ja, also es war ja dann so, das erste Spiel auswärts und dann zwei daheim. Stefan, ist das für dich eigentlich nicht sogar das eigentliche Heimrecht, wenn man es so will? Diese Kombi, meine ich? Ja, also generell bin ich ehrlich gesagt ein bisschen genäher von dem Thema, weil es halt nicht nur in den Playoffs ist, die bekanntlich schwierig zu planen sind. Aber die Haie sind jetzt auch keine Mannschaft, wo man jetzt mal sagen kann, ja wir gehen jedes Jahr davon aus, dass wir nur Viertelfinale spielen. Wenn das ein Berlin, Mannheim oder München sagen würde, okay, gut, Berlin spielt lieber gar keine Playoffs als Pre-Playoffs, das ist auch okay. Und Mannheim hat es dieses Jahr tatsächlich mal mit den Pre-Playoffs erwischt, aber das ist ja nicht die Norm. Und bei Köln war das ja jetzt über die Jahre schon öfter so. Und irgendwie muss die Liga auch in der Hauptrunde immer einen wahnsinnigen Fightstanz um diese Halle hinlegen. Klar, sie ist die größte Halle in der Liga. Die will eine Liga natürlich dann auch füllen und man schmückt sich ja dieses Jahr auch mit den Haien, dass sie natürlich der Zuschauergröße sind. Aber ja, also wie gesagt, ich finde es nicht gut. Und ganz ehrlich, ich hätte es nicht mehr mitgemacht. Auch Ingolstadt muss es ja natürlich mitmachen und dazustimmen. Aber ich hätte dann gesagt, okay, dann wird das Heimrecht getauscht. Dann spielt es erst in Ingolstadt, dann in Köln und dann wieder in Ingolstadt. Ja. Pech. Zu dem Thema sind wir sehr froh, dass wir einen sehr bekannten Podcaster hier mit an den Tisch bringen können. Ich werde ihn jetzt hier mal live mit in unseren Podcast bringen, nämlich Markus von Sharkbyte. Und schauen wir mal, ob das gleiche technisch so wunderbar klappt. Direkt on Air. So, mal draufgeklickt. Und da ist er ja schon, Markus vom Sharkbyte-Podcast. Servus, grüß dich. Herzlich willkommen beim Pulscheck. Ja, Markus, perfektes Timing. Wir haben gerade angefangen, über die Köln-Serie zu sprechen. Ja, ich war schon klar, dass das tatsächlich ein bisschen ein Wunderpunkt ist. Aber wir sind gerade eingestiegen mit der Hallen-Thematik. Das war ja, ich hatte es vorher schon gesagt, schon auch eine mediale Geschichte. Wie habt ihr das erlebt? Hallöchen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben, wie gesagt, über die ganze Saison schon viel darüber gesprochen, über das Spiel der Haie. Und wenn man sich die Serie anguckt, ist das halt ein Spielgebiet der ganzen Saison gewesen. Man fängt halt stark an, Spiel 1, setzt Ingolstadt unter Druck, hat einen starken Vorcheck, zwingt sie zu Fehlern, nutzt die Chancen mehr oder weniger eiskalt aus und fährt das Spiel souverän nach Hause. Um dann in zwei Heimspielen den möglichen Seriensieg perfekt zu machen. Und frühe Gegentore kassiert man, Ingolstadt hat das Spiel umgestellt, hat in der Taktik ein bisschen was geändert, hat die Reihen komplett umgestellt. Und die Haie haben versucht, weiter ihr Spiel zu spielen und zu machen. Und das hat Ingolstadt halt in die Karten gespielt. Die Haie haben sich nicht anpassen können an das Spiel von Ingolstadt, das veränderte Spiel. Und das hat halt zur Folge, dass Ingolstadt die Serie am Ende, meiner Meinung nach, verdient gewonnen hat. Jetzt bist du ja schon ganz, ganz weit in die Serie reingegangen. Ich würde da gerne nochmal ganz kurz auf dieses erste Spiel zu sprechen kommen. 5-1 für die Köln-Haie in Ingolstadt. War das bei euch dann schon so ein bisschen ein Freudentanz? War man sich da schon mehr oder weniger sicher, ob das Ergebnis ist oder hat das spielerisch auch schon jetzt nie so gut ausgeschaut? Ich denke da an den Herrn Schütz, der da auch wieder gut aufgetrumpft hat. Sagen wir mal so. Also im Endeffekt muss man mal nüchtern betrachten. In dem Spiel hat vor allen Dingen eine Reihe geglänzt und das Spiel entschieden. Das war halt die Reihe um Justin Schütz, Alexander Grenier und Gregor McLeod. Die haben klar da den Ton angegeben und haben die Akzente gesetzt. Beim Rest muss man ganz ehrlich sagen, das war wieder sowas von wegen, hauptsache kein Tor kassieren. Möglichst hinten sicher stehen, Scheibe rausbringen. Aber spielerisch fehlte da bei den anderen Reihen doch meiner Meinung nach einiges. Und man hat halt auch die Fehler von Ingolstadt erst gerade ausgenutzt. Also Michael Garthag, der der zweite Romaine wenig damit aufgelegt hat. Sowas passiert ihm auch nicht jeden Tag. Und das haben sie halt da effektiv genutzt und konnten dann aber weiter nicht daran anknüpfen. Ja, du hast schon gesagt, es war die Reihe um McLeod, Grenier und Schütz. Kennen wir aus der Saison ja schon, ne? Ja, eben, die sich die Tore da gegenseitig aufgelegt haben. Du hast auch die Ingolstädter Umstellung angepasst. Also gerade der Move, den Nienhus da reinzusetzen, fand ich ganz gut gegen die drei, weil er halt defensiv auch sehr stabil ist. Glaubst du, dass der Reihe das ein bisschen in den Zahn gezogen hat? Weiß nicht unbedingt, ob man es dann an Jan Nienhus oder woran im Endeffekt festmachen kann. Auf jeden Fall, Ingolstadt hat halt erkannt, dass sie was ändern müssen. Sie haben was probiert und das, was sie halt umgestellt haben, auch einen aggressiven Vorcheck dann zu gehen gegen die Haie und dann den Spielaufbau zu unterbinden. Da haben die Haie halt absolut kein Gegenmittel gefunden. Und das ist halt das, was sich schon seit Jahren durchzieht. Die Haie haben einen Plan A. Wenn der funktioniert, alles gut. Sobald es da Änderungen gibt, sei es in der Serie von Spiel zu Spiel oder auch im Spiel selber vom ersten zum zweiten Drittel, zieht man denen relativ leicht den Zahn. Und die haben halt kein Gegenmittel dann. Ja, also dieses Thema hatten wir in unserem letzten Pulscheck auch ein bisschen. Thema Uwe Krupp und Marc French. Für mich war das so der beste Beweis eigentlich, warum Uwe Krupp kein Top-Trainer ist und Marc French eben schon, weil für mich die Adaptionsfähigkeit fehlt. Bei French sieht man oft von Drittel zu Drittel eine Änderung. Spätestens von Spiel zu Spiel werden da taktische Kniffe angewendet, die rein werden umgestellt, die Spielart wird ein bisschen angepasst und schon fluppt es. Und für mich fehlt es halt bei Uwe Krupp total, diese taktische Finesse, dass er dann sein Spiel umstellt. Ich glaube, das letzte Drittel im letzten Spiel haben sie es dann rausgehabt, wie man dagegen spielt, gegen diesen Vorcheck. Aber davor war eigentlich keine taktische Änderung der Haie zu sehen, oder? Nö, man hat sich, oder sagen wir so, man hat halt auf Biegen und Brechen versucht, sein Spiel weiter durchzudrücken und das hat halt nicht funktioniert. Und auch in Spiel 2 gab es immer wieder mal Aktionen und Momente, vor allem auch da im letzten Drittel, wo die hatten ja halt ihre Chancen. Es ist ja nicht so, dass sie ja keine Chancen gehabt hätten, vor allem in Spiel 2 gegen Ende. Aber dann hat halt Michael Gartag gezeigt, nee, ich büge meine Fehler hier aus und hat das Spiel dann halt über die Zeit gebracht. Und auch im dritten Spiel, da hast du halt Ingolstadt, die haben halt daran festgehalten, was im Spiel 2 funktioniert hat, was halt auch klar ist. Und die Haie haben aber trotzdem wieder versucht, ihr Spiel durchzudrücken und haben sich nicht daran angepasst. Und das sagst du halt genau richtig, im letzten Drittel haben sie es dann mehr oder weniger rausgehabt, aber das kam halt dann viel zu spät. Wenn wir auf das zweite Spiel schauen, also wie gesagt, ich nehme jetzt da nicht so die größte Euphorie in dieses Spiel, trotzdem zu gehen, ob das Ergebnis ist. Man hat ja trotzdem noch ausgeglichen durch McIntyre und man hat noch den Anschluss durch Storm gemacht. Trotzdem, was hat da für den, ich meine, war es ja sicherlich auch in der Halle, was war das für ein Gefühl in der Halle schon nach diesem Spiel? Für dieses Spiel 3. Ich meine, man hat ja zwei Heimspiele hintereinander, ob diese Hallensituation eben. Was hattet ihr danach, diesen Spiel für ein Gefühl? Also ich kann dir sagen, ich war bei Spiel 2 und 3 leider nicht in der Halle, weil ich halt beruflich auch vorhin nicht gewesen bin. Und also wie es jetzt wirklich in der Halle gewesen ist, kann ich jetzt so 1 zu 1 nicht sagen. Aber von dem, was ich so mitbekommen habe, ja, das 1 zu 1, klar. Du machst halt dann den Ausgleich, hast eigentlich ein dreckiges Tor erzielt und hast das Gefühl so, ja, wir sind jetzt hier auf dem Scoreboard, wir haben den Ausgleich und nehmen den Schwung halt mit. Kassierst dann aber relativ schnell schon wieder das Gegentor. Das war, glaube ich, sogar wieder in der ersten Überzahl für Ingolstadt. Und das ist halt auch so, die Achilles-Fersche, stelle ich dem die ganze Saison gewesen. Special Teams der Haie, also Unterzahl, das ist gefühlt, jede Unterzahl, jede zweite war für ein Gegentor gut. Und das hat halt dann relativ schnell schon wieder die Wind aus den Segeln genommen. Und das hast du halt dann irgendwo auch gespürt und gemerkt. Dann nimmst du dann zwei Strafen hintereinander. Und du merkst halt, du kommst selber nicht so wirklich nach vorne. Die Energie fehlt hier. Und Ingolstadt macht es denen relativ schwierig und hat es auch irgendwie auch leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Die mussten nicht so viel Meter gehen. Die Haie mussten wahnsinnig viel laufen, viel anrennen. Ingolstadt hat die Scheiben gut rausgebracht und hinten hat auch sicher gestanden. Und wenn du dann in deinem Offensivkonzept nicht wirklich in den Slot reinkommst und mal vor das Tor und dort Aktionen hast, dann hat man es halt schwer und der Gegner hat es einfach. Und das hat man dann in dem Spiel im weiteren Verlauf auch immer wieder gesehen. Das dritte Spiel, wie gesagt, dann zu Hause 2 zu 4 gegen Ingolstadt verloren. Jetzt ist natürlich, ich meine, vor der Saison in Köln, die Euphorie ist ja immer groß. Und der Kader, wir hatten es auch schon auf dem Pulse-Check gesagt, gibt eigentlich sowieso mehr her als ein Pre-Playoff-Platz. Jetzt hat man den Weg gehen müssen über die Pre-Playoffen, ist trotzdem rausgeflogen. Was bedeutet das für das Team? Also, ganz ehrlich, ich glaube, im Team ist keiner, der jetzt wirklich nicht enttäuscht ist. Die hatten alle sich wahnsinnig viel mehr versprochen. Und du sagst es vollkommen richtig, der Kader hätte viel mehr hergeben müssen. Mit den Namenwaffenverpflichtungen und wem man da alles geholt hat, wie man sich aufgestellt hat. Da war eigentlich so ein Top-4-Platz locker anvisiert. Und dann kommst du dann mit Biegen und Brechen über die Saison so in die erste Playoff-Runde. Und fragst dich da schon so, boah, hier läuft irgendwas gerade falsch. Klar kann es dann so einen Schub geben, wenn du halt in der ersten Playoff-Runde durchkommst. Aber das haben wir uns auch die ganze Saison schon immer wieder versprochen. Und guckt, ach komm, jetzt muss da irgendwann mal der Schub kommen, dass mal ein paar Spiele in Folge gewonnen werden und man so einen Lauf kriegt. Und nach Spiel 1 hat man gedacht, vielleicht ist das ja jetzt genau das gewesen, was man gebraucht hat, um in Schwung zu kommen. Aber man muss halt dazu sagen, Ingolstadt selber hat ja auch an dem Tag echt nicht gut gespielt. Und über die ganze Serie, muss man es auch nicht dann sagen, hat Ingolstadt ja auch kein herausragendes Eishockey gespielt. Sie haben die kleinen Sachen richtig gemacht und haben halt dann davon profitiert, dass sie halt einfach noch schlechter waren in Spiel 2 und 3. Und daher muss man jetzt mal gucken, wie man das jetzt aufarbeitet und welche Schlüsse man daraus zieht und wie es dann in die Saisonvorbereitung für die nächste Saison geht. Ja, für mich war auch interessant, Köln hat kurz vor der Playoff-Serie noch Schuster und Tourison verloren. Dagegen hat Ingolstadt den Casey Bailey zurückbekommen. Das könnte für mich auch so ein bisschen ein Zünglein an der Waage gewesen sein, weil Bailey war schon stark, hat auch gescored. Und ich finde gerade Tourison hat man wirklich vermisst mit dem Schuss und als Waffe, wo du eigentlich auch immer einen Powerplay darauf abstellen musst. War das auch so ein bisschen vielleicht für dich, hätte das nochmal einen Kick in die andere Richtung geben können? Also ich glaube, das Fehlen von Tourison über fast die halbe Saison hinweg gesehen, war schon ein enormer Faktor. Also ich glaube, man hat letzte Saison gesehen, zu was er imstande gewesen ist und was er aufs Scoreball bringen kann und was er auf dem Spiel geben kann. Und es hat diese Saison in Haien wirklich komplett gefehlt, also vor allen Dingen im Powerplay. Das ist definitiv ein entscheidender Faktor gewesen. Weil Schuster bin ich so ein bisschen zu gespalten. Also da waren gute Aktionen dabei, aber über die ganze Saison gesehen hat er mich jetzt relativ wenig überzeugt. Von daher glaube ich, dass sein Fehlen jetzt nicht so ein großer Faktor waren, sondern der von Tourison deutlich größer war. Ja, jetzt stehen wir wie gesagt da mit Köln außerhalb der Playoffs. Und auch im letzten Pulscheck hatten wir das Thema Uwe Grupp natürlich schon auch ein bisschen besprochen. Ich habe damals an sich die Situation eher so eingeschätzt, wie ich es schon gesagt habe. Ich lobe das, dass man in einer schwierigen Situation schon am Trainer festhält. Jetzt ist die Saison vorbei. Die Diskussionen werden ja sicherlich nicht abreißen jetzt. Nee, definitiv nicht. Also wir haben auch da über die Saison ein klares Statement zu bezogen, wie wir die Trainerposition bei den Haien sehen und wie es da eigentlich noch weitergehen kann. Und ja, man darf halt gespannt sein, wie jetzt auf der Geschäftsstelle darüber entschieden wird. Wenn man sich die Pressekonferenz nach dem dritten Spiel angehört hat, dann klang das schon ein bisschen danach, dass da schon klar ist, wo die Reise hingeht, dass da, wo die Zeichen auf Trennung stehen. Aber wie gesagt, offiziell ist da noch nichts und man muss warten, was die nächsten Tage kommuniziert wird. Das war aber auch nicht wirklich Einsicht zu hören von Grupp in der Pressekonferenz, oder? Also er wurde für mich klar ausgecoacht in der Serie und das nicht zum ersten Mal. Und für mich hat sich das angehört, so ja, wir haben alles versucht, was wir konnten, hat halt nicht gereicht. Und das war für mich da ehrlich, ehrlich gesagt, eher eine Frechheit, so eine Aussage. Ich bin ehrlich, das ist die Standard-Aussage, die man seit dem ersten Tag bekommt in den Pressekonferenzen von Uwe Grupp, wenn es halt mal schlecht läuft und die Spiele nicht gut laufen. Und von daher, ja, bin ich da ganz bei dir. Jetzt ist es natürlich schon noch relativ früh. Die Gefühle sind noch relativ frisch. Trotzdem, wenn du jetzt auf nächste Saison blickst, wie sind da deine Gefühle dahingehend? Jetzt gerade, also noch ganz, ganz weit weg. Also diese Woche steht bei uns im Sharkbait halt auch mal die Saisonanalyse an. Und wir werden da ein paar Dinge ansprechen und mal genau unter die Lupe nehmen. Und uns dann noch mal erste Gedanken machen, wo die Reise halt für die Haie hingehen kann und was sich jedenfalls ändern muss. Und von daher, wenn du mich jetzt fragst, ich habe noch so gar keinen Blick auf die nächste Saison und wie es da laufen soll. Aber es hängt doch davon ab, was ändert sich denn da wirklich? Welche Konsequenzen werden gezogen? Und dann, wenn man das weiß, kann man vielleicht mal sagen, okay, jetzt kann man einen Ausblick wagen und sagen, das könnte besser werden oder oje, was steht uns da denn vor? Und das ist das, was ihr im Sharkbait-Podcast besprecht. Wir werden euren Podcast natürlich und die entsprechenden Links in die Shownotes packen. Also liebe HörerInnen, hört da gerne auch rein und folgt auf jeden Fall auch rein in den sozialen Netzwerken von Sharkbait. Markus, ich danke dir für deine Einschätzung und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Sehr gerne, danke euch für die Einladung und ich komme gerne mal vorbei. Sehr gerne, also bis dann. Bis dann, ciao. Ja, das war Markus von Sharkbait, um die Serien noch zu beschließen. Stefan, also ist schon interessant, was er so erzählt hat, ne? Ja, absolut. Es ist ein hartes Los, das die Kölner Haie im Moment haben. Ich denke, da sind auch einige FC-Fans dabei. Da läuft es nicht besser in der Bundesliga. Also ich möchte gerade nicht in der Kölner Sporthaut stecken. Gibt schönere Situationen, glaube ich. Ja, Markus, wie hast du die Serie erlebt? Ähnlich wahrscheinlich, oder? Ich fand das eigentlich ganz gut nachvollziehbar. Auch seine Gefühlswelt, sage ich mal, dass man da auswärts mit so einem Sieg startet und es dann ja eigentlich für jeden klar scheint, dass man die Serie gewinnen wird, weil man hat dann zwei Heimspiele. Also was soll passieren? Dann denkt man sich bei einem 5-1 auswärts, ja komm, die klatschen jetzt weg. Und dann verlierst du das Erste, dann verlierst du das Zweite. Das ist halt schon richtig bitter. Ja. Dann würde ich sagen, beschließen wir diese Pre-Playoffs. Mein Gott, also dieses Vor-Playoff-Gespiele, sage ich jetzt mal. Also Pre-Playoffs werden wir jetzt diese Partie zumindest mal beschließen und schauen nach Mannheim, Mannheim gegen Nürnberg. Und das muss man schon sagen, wenn man vor der Saison gesagt hätte, ja Mannheim-Nürnberg in den Playoffs, hätte man wahrscheinlich gesagt, boah, ist Nürnberg so gut dieses Jahr? Nee, es ist eher andersrum, dass Mannheim in die Pre-Playoffs gekommen ist. Und ja, das allerdings relativ schnell klargemacht hat. Das erste Spiel zu Hause 2-1 für die Adler und das zweite Spiel dann 6-3 in Nürnberg, Stefan. Das war mehr oder weniger auch das, was wir erwartet haben, oder? Das ist jetzt eine schwierige Frage tatsächlich. Ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, was ich erwarten kann. Bei Nürnberg war in 2024 neben Iserlohn die heißeste Mannschaft. Niklas Treutler hat er ja auch in beiden Spielen gezeigt. Er war in bestechender Form. Und für mich war es durchaus im Bereich des Möglichen, dass Nürnberg die Serie gewinnt. Warum hat es nicht geklappt? Ist für mich halt ein Name, Leon Gawanker. Ganz ehrlich, es liegt nie nur an einem. Das ist mal gleich vorn weg. Aber es scheint so wirklich, dass das die perfekte Addition ist. Er hat im ersten Spiel zwei Assists gemacht. Er hat im zweiten Spiel den frühen Ausgleich gleich geschossen. Das hat er auch, also früh, in Anführungszeichen, im ersten Drittel. Er hat ja auch, glaube ich, wenn du mit dem 1-0 in die Pause gehst, dann überlegst du vielleicht doch nochmal mehr, als wenn es dann 1-1 steht. Und dann hat er ja da auch, glaube ich, dann noch einen Assist beigesteuert. Also war es ein bisschen Dreh- und Angelpunkt. Ja, und tatsächlich täuscht das Ergebnis des zweiten Spiels ja auch ein bisschen darüber hinweg, wie das Spiel lief. Weil wenn man sich das anschaut, dann sind ja drei Tore allein am Ende gefallen, als Nürnberg dann gesagt hat, okay, wir setzen alles auf eine Karte, holen Teutle raus. Dann schießen sie tatsächlich noch eins, aber kassieren dann nochmal zwei und so weiter. Also das kann man ja so ein bisschen aus der Wertung nehmen. Und dann ist das Ergebnis schon deutlich knapper. Ja, und Nürnberg hat sich halt einfach gekillt mit der Überzahlquote. Also im zweiten Spiel hätten sie alles in der Hand gehabt. Sie haben 1-0 geführt, haben eine Überzahl nach dem anderen gehabt und machen Mannheim dadurch halt auch stark, dadurch, dass sie es selber nicht unterbringen. Also es kommt irgendwie dann doppelt zurück in den Playoffs, wenn du im Powerplay nicht triffst. Dann unsicherst dich selber, machst den Gegner stark. Ja, das hat ihnen so ein bisschen das Genick gebrochen. Was bedeutet das auch jetzt für Nürnberg? Ja, dass man nochmal überlegen muss oder in die Planung gehen muss, was lief jetzt genau schief, woran lag es jetzt. Wobei man natürlich sagen muss, für diese Saison, ich meine, es lief ja eine ganze Zeit lang nicht so wirklich prickelnd, dass man es dann da reingeschafft hat und dann ja zwei relativ stabile Spiele gegen Mannheim abliefert, ist ja auch ein Ergebnis, mit dem man halbwegs zufrieden sein kann. Also natürlich wären sie gerne weitergekommen, so wie jeder Verein. Nein, aber Mannheim ist ja auch eine gewisse Hausnummer. Also das, klar, die hatten jetzt keine Bombensaison, aber das heißt ja nicht, dass man deswegen nicht in den Playoffs zu einer anderen Form finden kann. Und ja, ich glaube, sie hatten mit Mannheim da einfach einen sehr, sehr schweren Gegner. Ich denke, die Nürnberger werden zufrieden sein. Ja, ich glaube, also Nürnberg wird einen ganz harten Sommer vor sich haben. Wie man hört, ist Fleischer weg, Leonard weg, beide Trainer sind weg. Da wird ein Riesenumbruch kommen. Ich bin gespannt, was mit Fox und Stower ist. Ich weiß nicht, ob die noch Verträge haben. Die sind halt offensiv so ein bisschen, dass das, wie sagt man, dass die Wirbelsäule das Rücken mag. Und gut für Nürnberg ist das Treutle breibt. Auch Hungerecke hat verlängert. Damit hat man ein solides Torhüter-Duo, wenn sie es so schaffen wie dieses Jahr bisher. Aber ich tippe mal, dass da ein gewaltiger Umbruch kommt, ähnlich wie beim AEV, wenn sie in der Liga bleiben. Oder bei, na, jetzt ist es mir entfallen. Aber ich denke, auf jeden Fall Iserlohn, ja klar. Ich denke, bei diesen drei Mannschaften wird es gewaltig rascheln. Und mal schauen, wer da alles seinen Hut nehmen soll. Bei Rowe hat er eigentlich ein bisschen die Gerüchte bestätigt, dass er nach Düsseldorf geht. Sein Statement nach dem Spiel war ja, nirgends lässt er sich besser coachen, als in Deutschland so übersetzt. Damit war ganz klar, okay, er wird in Deutschland weiter coachen. Und vor dem Spiel hat man ja schon die Gerüchte wabern, hören, dass es wohl Düsseldorf wird. Auch da, glaube ich, trifft er eine Mannschaft, die deutlich mehr kann, als sie dieses Jahr gezeigt hat. Und ist natürlich eine Top-Adresse dann, das Ganze zu zeigen. Aber wo wir gerade bei den Haien waren, das wäre eine Hausnummer gewesen für die Haie. Da kann Düsseldorfer das mal schön vor die Nase halten. Ja, da werden wir noch sehen, wie das Ganze vonstatten geht. Denkt man auch für die ganzen Teams da drunter. Unter den Pre-Playoff-Plätzen wird es ein interessanter Sommer werden. Wir schauen mal auf die nächste, beziehungsweise auf die, ich habe es mal so genannt, auf die echten Playoffs, die Pre-Playoffs. Das ist ja ein Vorspiel zu dem, was dann kommt im Viertelfinale. Viertelfinale und ich würde es jetzt einfach mal wirklich zeitlich genau so besprechen, wie die Partien auch stattgefunden haben. Wir haben angefangen mit Straubing gegen Schwenningen. Straubing gewinnt 5 zu 2. JC Lippon mit einem Doppelpack. Markus, das hat ja auch schon im Vorfeld, das hatten wir ja bei uns im Post auch schon gesagt, wenn die zwei Teams aufeinander getroffen sind, hat immer das Heimteam gewonnen. Ist da mit Straubing jetzt quasi, kannst du schon das Ticket fürs Halbfinale geben oder wie siehst du das? Könnte natürlich so weitergehen, ja. Ehrlicherweise hoffe ich es nicht. Ich bin in der Serie eher so ein bisschen auf der Schwenninger Seite und hoffe auch, dass sie das schaffen, nochmal rumzudrehen. Aber klar, Straubing hatte einen Bombenstart in dieses Spiel. Machen drei Tore quasi am Stück. Eins davon natürlich auch im Powerplay. Und dann sieht es halt erst mal schlecht aus für Schwenningen. Und Eriksson ist ja auch nicht gewöhnt, so oft hinter sich greifen zu müssen. Von dem her, das war schon sehr überraschend. Und ich glaube, da waren sie erst mal überfordert. Ja, also erst mal fand ich es cool, dass Florian Bugl den Start gekriegt hat. War ja auch die Frage in unserem Post, weil wir schon vermutet hatten, die Zeichen der letzten Spiele standen ganz klar für ihn. Auch, dass er das letzte Hauptrundenspiel gekriegt hat, ist ja eigentlich immer das Zeichen, wer startet in den Playoffs. Er hat seine Sache wieder gut gemacht, 92 Prozent Fangquote. Ich glaube, für Schwenningen war das erste Spiel noch zu groß. Sie haben im ersten Drittel, waren beide nervös und haben zerfahren gespielt, haben schon Chancen kreiert. Aber man hat gesehen, das ist noch nicht so das Playoff-Hockey, das man gewohnt ist. Im zweiten Drittel hat es eine Mannschaft hinbekommen und eine Mannschaft nicht. Und leider eigentlich hat sich Schwenningen die ersten zwei quasi selbst reingelegt, dadurch, dass es halt einfach unnötige Puckverluste waren, die direkt zum Gegentor geführt hatten. Und so war der Weg irgendwie geebnet. J.C. Lippon hast du angesprochen, macht natürlich ein brutales Spiel. Ich fand auch wieder, um auch Schwenningen positiv rauszuheben, Alexander Karatun bis kurz vor Schluss eine klasse Partie spielen. Ich finde, es hätte nicht sein müssen, die Niederlage. Für mich war Straubing nicht so viel besser, wie er ein 5 zu 2 sagt. Schwenningen muss es hinbekommen, die Ruhe zu bewahren und uns den Straubingern aufzulegen. Dann wäre das relativ ausgeglichen gewesen. Ja, ich fand auch tatsächlich, im ersten Drittel hat man von beiden Teams eigentlich gesehen, dass sie erst mal mit der Situation klarkommen müssen, dass es nicht mehr Regular Season ist, sondern dass es eben die Playoffs sind. Trotzdem an sich eigentlich jetzt so aus neutraler Sicht gesehen ein schönes Spiel zum Ansehen. Ich hebe da das Tor von Mettenen raus. Dieser Schuss ist ja Wahnsinn. Ist schon mal ein guter Start gewesen in die Playoffs, oder? Ja, war auch ein Wahnsinns-Screen. Also der Mettenen kann da abziehen, wie er will. Wenn der Torwart was sieht, dann hat er den. War ein toller Screen vor ihm. Natürlich, der Schuss, wie er einschlägt, ist toll. Er sieht doch cool aus, ja. Ja, mega. Was man wirklich sagen kann, wo Straubing besser war als Schwenningen, war ein Bulli. Die Bulli-Quote sagt, fast doppelt so viele Bullis gewonnen. Das ist ein Wort, also wie gesagt, wenn du 55 Prozent Bullis gewinnst, bist du eigentlich schon gut dabei. Aber Straubing hat 41 gewonnen, Schwenningen 25. Das spricht eine deutliche Sprache. Und da läufst du halt dann auch das ganze Spiel hinterher. Also so ein Punkt, wo sie definitiv ansetzen müssen. Wir haben ja gesagt, wir schauen auch sehr weit voraus, ein Pulse-Check für das Playoff-Viertelfinale. Deswegen eure Tipps, wie viele Spiele brauchen die Teams? Wer kommt weiter? Markus, du darfst beginnen. Ich sage, sie brauchen alle Spiele, aber am Ende gewinnt Schwenningen. Wow. Wow, das ist ein ganz hotter Take. Helmut hat es gesagt, eigentlich gewinnt jeder seine Heimspiele. Und das hieße, dass Schwenningen eins klaut in Straubing. Ich weiß nicht. Ich glaube daran nicht. Ich sage Straubing in sechs. Da bin ich meinen Tipp noch schuldig. So rum heißt es, ich denke auch, dass Straubing es macht, aber ich glaube, sie gehen über sieben. Ich glaube, Schwenningen macht es ihnen maximal schwer. Und weil ich tatsächlich auch dieses Spiel gestern von Schwenningen, wie sie dann mal drin waren, jetzt mal abgesehen von den Toren, ich ganz gut fand. Und Stefan, wir kennen Steve Walker auch. Ich bin von ihm als Trainer sehr überzeugt. Ich glaube, sie machen es den Niederbayern maximal schwer. Also ich sage, Straubing in sieben. Aber das werden wir natürlich dann alles auch abgleichen beim nächsten Pool. Check müssen wir noch ausmachen, um was wir hier betten. Wir müssen ja auch noch die Hauptrundentabelle auswerten. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wir kommen zur nächsten Partie. Und da sind der Stefan und ich wieder voll dabei. Nämlich die Grizzlies Wolfsburg gegen den ERC Red Bull München. Vorzeichen waren auch da relativ klar. Wolfsburg ja in Straubing verloren am letzten Spieltag München. Das Olympia-Eistadion-Abschiedsspiel gegen Augsburg. Und da muss ich natürlich jetzt erstmal noch ganz kurz auf dieses Spiel eingehen. Stefan, du warst in der Halle. Wie angepisst warst du? Gar nicht. Also klingt jetzt bockend. Ich meine jetzt rein nur spielerisch. Ich meine dieser Rahmen, der war klar, das hat man gesehen. Das ist, da muss man vielleicht auch mal sagen, die Organisation um den ERC Red Bull München wirklich tolle Arbeit geleistet. Was ich ja mitgesehen habe, ehemalige Spieler eingeladen. Man konnte einen Teil des Blacksiglases kaufen. Es war eine Fotowand da. Also die Vereinshymnen wurden alle gespielt. Es ist wirklich ein toller Rahmen gewesen. Und nicht zu guter Letzt da auch Grüße an den siebten Mann, die eine herausragende Choreo da rausgezaubert haben, muss man schon sagen. Also die Bilder, die ich da in Toronto gesehen habe von diesem Spiel, wirklich der Wahnsinn. So Stefan, jetzt darfst du gerne ergänzen deines Lobes und dann auf das Spiel eingehen. Ja, also ja, davor war Gänsehaut pur. Also die Choreo war einmalig, unfassbar gut. Und ich glaube, da hat man alles, was das Stadion hergibt, ausgenutzt. Viel mehr war nicht möglich. Auch die Augsburger haben sich ja zurückgezogen, damit wir uns Choreo möglichst groß machen können. War nicht sehr nett. Wie dann die Legenden, ich setze meine Anführungsstrichen, aufs Eis kamen, da lief es mir schon auch noch mal kalten Rücken runter. Ein Super Mario Jan, ein Dave Wrigley. Das sind schon Namen und Personen einfach, an die man sich gerne zurückerinnert. Joey Vollmer, also wie ich gesehen habe. Ja, aber den sieht man immer wieder bei uns. Aber in dem Rahmen ist es natürlich schon was Besonderes. Ja, auch ein Schimmi. Ja. Martin Schemeinske wieder da. Klasse. Ich weiß nicht, ob das Kind mittlerweile größer ist als er, aber ja. war sehr schön gemacht. Also da großes Lob an den Verein, großes Lob an die Fanclubs, an den siebten Mann, was sie da alles auf die Reihe gestellt haben, waren ganz toll. Auch dieses Souvenir limitiert auf 500 Stück mit der Plexiglasbande ist eine nette Sache. Einfach, man hat sich Gedanken gemacht. Das muss man einfach wertschätzen. Ich hätte mir natürlich auch gerne ein Stück Eis mit nach Hause genommen als Andenken. Andenken ist aber halt irgendwie schwierig. Das gibt es ganz kurz. Das habe ich letztens gesehen. In Seattle wird das gemacht. Bei den Seattle Kraken wohl. Da wird das Eis geschmolzen in so Pucks rein. Da kannst du es kaufen. Das habe ich meine Frau heute gezeigt. Da habe ich direkt eben auch an das gedacht, das wäre auch ein Gimmick für die alte Halle gewesen. Aber ja, es muss ja noch ein bisschen Playoffs gespielt werden. Ja, ja, ja. Ja, tatsächlich, das Spiel war mir so völlig egal. Ich ist ganz ehrlich. Aber es ist einer der wenigen in der Halle, was du so mitbekommen hast. Ja, ich habe mich einmal aufgeregt, wie es 5-2 stand. Da habe ich mir gedacht, also das braucht es halt jetzt wirklich nicht. Aber auch das haben sie rumgerissen. Und ganz ehrlich, es lag wahrscheinlich einfach auch aus egoistischen Gründen daran. Beim Spiel gestern hätten wir das Heimrecht geholt, hätte ich nicht da sein können, weil ich gestern einfach verhindert war. Und deswegen habe ich einfach aus Eigennutz ein bisschen gehofft, dass entweder Wolfsburg gewinnt. Den Gefallen haben sie uns nicht getan. Und in dem Fall durfte dann Augsburg auch knapp gewinnen zu Hause. Ja, von daher, für mich war es okay, klar, eigentlich darfst du dich nicht so abschießen lassen und darfst das Spiel auch niemals verlieren. Augsburg hat davor überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt. Und das erste Drittel war auch unterirdisch. Also das war ja nicht mal Oberliga-Hockey von beiden Seiten. Und dann im zweiten Drittel halt Tiefschlaf, wie in Augsburg beim 7-1. und dann läufst du halt wieder hinterher. Gut, also wie gesagt, ich kann da jetzt leider nicht schimpfen, weil es mir echt dermaßen irgendwo vorbei ging. Ich habe mich mit Freunden unterhalten, ich habe mich mit Leuten unterhalten, die ich seit teilweise 10, 15 Jahren in dem Stadion nicht mehr gesehen habe. Ja, schön. Das war einfach, der Rahmen war wunderschön, wenn man das Ganze einfach nicht so verbissen sehen kann. Für mich war es eigentlich wie so ein Freundschaftsspiel eigentlich eher vom Charakter. Ja, Markus, jetzt für dich auch die Frage, du warst ja auch vor Ort. Ja, war es trotzdem irgendwie ein Abschluss, so diese Abschiedsfeier ein bisschen, wie sagt man da immer, so Party-Crasher zu spielen? Oder war es einfach, hast du gedacht, ja, schön, wenn das Spiel jetzt wirklich auch was gezählt hätte zu der ganzen Geschichte? Das ist schon ärgerlich. Ach, es war eigentlich ganz nett. Ich meine, wenn man gewinnt, ist es immer schön und wir haben viele Tore gesehen und wir hatten da unseren Spaß und das war Ziel, diese Auswärtsfahrt. Ich meine, wir fahren nie nach München mit dem Gedanken, ja, da holen wir Punkte oder da gewinnen wir oder machen irgendwas Tolles. Außer in den Playoffs. Ja. Aber es war ja auch okay. Aber deswegen, ja, war es für uns ganz nett und ich meine, Augsburg hatte ja auch keine Ultras und nichts dabei, die haben das ja alle boykottiert. Und von dem her waren wir, glaube ich, auch nicht wirklich Crasher. Also man hat nicht in die Choreos eingriffen oder man hat nicht irgendeinen Scheiß gerufen oder sowas. Es war eigentlich eine ganz angenehme Gruppe und dadurch, ja, spielerisch. Man hat einfach gesehen, beim ersten Drittel stimme ich dem Stefan vollkommen zu, dass das gar nichts war. Aber dann hat man gesehen, dass es für Augsburg halt um nichts mehr ging. Der Kopf war ein bisschen freier, die Füße waren ein bisschen lockerer und die haben einfach mal wieder gespielt und dann plötzlich treffen Leute, wo du dir denkst, hey, das hättest du einfach die letzten 20 Spiele auch mal machen können. Naja, aber es war danach ganz nett, weil das ganze Team wirklich an die Gäste-Fankurve hingefahren kam. Auch der Kreuzer kam tatsächlich aufs Eis bis vorne hin. Das wurde bei uns ja so im letzten Heimspiel ein bisschen kritisiert, dass die Mannschaft nicht gezeigt hätte, dass sie das wertschätzen, was die Fans machen und sowas. Von dem her, für alle, die da waren, glaube ich, war es ein netter Abschluss und jetzt schauen wir, was die Zukunft bringt. Ja, um den Themenkomplex jetzt abzuschließen, sagt der Herce Rapper München im Viertelfinale gegen die Grizzlies Wolfsburg, ein Team, das immer unangenehm zu spielen ist, aber auch ein Team, auf das die Münchner gefühlt jedes Jahr treffen. Und der Herce hat das Spiel 6 zu 3 gewonnen. Und ich habe tatsächlich, als ich das Spiel gesehen habe, mir schon teilweise gedacht, boah, das sind tolle Spielzüge, das ist ein toller Einsatz, das ist wirklich auch, das ist eigentlich wirklich das, was Playoff-Hockey auch ausmacht, hätte ich gerne auch unter der Saison öfters gesehen. Andererseits, Wolfsburg, ich glaube, tatsächlich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel gewollt, vor allem im ersten Drittel. Und vielleicht auch da, die mussten da auch erstmal wieder reinkommen, Stefan. Ja, gut reinkommen mussten beide. Das würde ich ihnen jetzt nicht zugutehalten. Ich gehe mit, dass ich sage, Wolfsburg war übermotiviert. Die mussten jetzt unbedingt zeigen, dass sie vor uns gelandet sind und das jetzt ihre Chance ist, diese Serie zu holen. Und ich sehe es auch so. Also das ist einfach mal wieder eine Chance, dass sie uns packen. Ja, also ich war auch gestern ob der Leistung wahnsinnig überrascht. Das ganze Spiel war defensiv bombenstark. Wo ich ein bisschen widerspreche, aus meiner Sicht raus, wir haben das schon öfter gespielt dieses Jahr. Beide Heimspiele gegen Mannheim, die Spiele nach der Deutschlandcup-Pause waren wir defensiv größtenteils auch bombensicher. Was unser Problem war und das war gestern eben nicht der Fall, ist, wenn wir hinten bombensicher gestanden sind, dann ging halt vorne nichts. Und das ist gestern alles reingefallen. Deswegen auch absichtlich diese Formulierung alles reingefallen. Ich meine, Patrick Hager, der packt den Billard-Köl fast aus zum 1-0 und das wichtige 3-2, was für mich auch so der Game-Changer war, Wolfsburg holt einen 2-0 Rückstand innerhalb von 2,5 Minuten auf und dann machst du halt 20 Sekunden später halt einfach das 3-2. Ich glaube, das hat schon verdammt wehgetan. Aber auch das unfassbar, wir haben es doch mal geschafft, vor dem Tor den Puck anzuheben, dass er über die Schiene vom Torwart geht. Absolut positiv, das sollte man öfter machen. Aber unser Problem war ja, die ganze Saison nicht ein Spiel gut zu spielen. Unser Problem war ja, dass wir das einfach nicht dauerhaft und konstant aufs Eis gekriegt haben. Und deswegen so gut das Spiel gestern war, ich bin gespannt auf Dienstag und Freitag, weil wie gesagt, bis jetzt haben wir oft gute drei Spiele am Stück gespielt und dann auch wieder drei verloren. Also das war eigentlich jetzt 2024 glaube ich so unser Rhythmus. Drei gute Spiele, drei verloren. Von daher war eine Demonstration, muss ich auch wirklich sagen, aber auch da muss man auch wieder so ein bisschen gegenhalten. Wolfsburg war auswärts heim. Wolfsburg war bei Heimspielen dieses Jahr deutlich schwächer als bei Auswärtsspielen. Das war ein Heimspiel. Wir waren zwar auch deutlich auswärts schlechter als Heim, aber wir haben es halt in dem Spiel letztes Mal geschafft. Interessant auch wieder, wenn wir ein Tor in Wolfsburg schießen, dann gewinnen wir das Spiel. Das war auch bei dem fünften Spiel so. Das hört sich jetzt komisch an. Du kannst nicht gewinnen, wenn du nicht triffst, aber beide Spiele, die wir verloren haben, waren zu Null. Jedes Spiel, wo wir mindestens eins gemacht haben, haben wir auch gewonnen. Das ist eine ganz nette Statistik. Wie gesagt, ich gehe da jetzt noch nicht zu hoch. Ich versuche ja eh immer so die Welle zu reiten. Ich versuche nicht zu hoch zu fliegen und auch nicht zu tief zu fallen, wenn sie da mal nicht so spielen. Ich versuche da immer so ein bisschen das Mittelmaß zu halten. Das war eine Machtdemonstration. Das war super schön anzuschauen. Ich hatte wirklich, glaube ich, bis in dritte, drittel, Mitte einen Puls von über 100. Ja, wir haben sie in einer Gruppe gesehen. Ich habe mal meine Puls Stresswerte durchgeschickt, weil ich einfach bis zum Ende nicht dran geglaubt habe, dass sie nicht irgendwann doch einschlafen und dann macht es wieder bumm bumm und vorbei ist es. Und deswegen ist da einfach die Skepsis im Moment groß, dass sie es dauerhaft jetzt halten können. Ja, man hat ja genau das gesehen, auch ansatzweise Wilkie und Schinko, die da relativ fix auch ausgeglichen haben, man hat halt eine Antwort gefunden. Markus, warst du überrascht, ob das Ergebnis ist? Nee, eigentlich nicht. Also, weil man gerade auch dieses eine Antwort finden, das war ja auch genau das, was bei uns oder bei dem letzten Heimspiel ja auch so lief. Also, wir haben dann die Tore gemacht und dann hat man so das Gefühl gehabt, okay, München strengt sich jetzt mal kurz an und schießt das Tor wieder, um ranzurücken und so ist es ja auch gelaufen und München ist für mich immer ein Titelaspirant und deswegen stelle ich die steile These auf, dass sie es in fünf Spielen auch machen werden. Oh, perfekt, nächste Frage, also München in fünf, Stefan, was sagst du? Also, vor der Serie habe ich gesagt Wolfsburg in sechs. Wolfsburg in sechs. Ja. Und jetzt? Bleibst du dabei? Du kannst es ja natürlich noch ändern, ist ja gar kein Thema hier. Wir machen das, wie gesagt, auf Grundlage dieses einen Spiels, aber ich verstehe deine Problematik, sag da auch gleich noch was dazu. Also, ich glaube, du kannst würfeln. Also, näher kommst du nicht hin. Also, ich sage, wir machen es in sieben. Interessant. Ich halte dagegen und ich sage Glückwunsch an Sven nach Wolfsburg von Stream 3 Overtime. Die Punkte, die du aufgezählt hast, sehe ich ähnlich. Also, diese Konstanz über mehrere Spiele, wenn sie das hinbekommen, ja, dann, okay, das hat man auch schon davor gesagt, dass von der Qualität her das München ganz klar besser ist. Du hast es, glaube ich, so schön gesagt, du traust dem Brat noch nicht so ganz nach dem einen Spiel und ich traue dem auch nicht. Ich sage Wolfsburg in sieben, also Spiel sieben dann in Wolfsburg geht dann, glaube ich, an die Grizzlies. Ja, ich glaube auch, es wird die Serie über sechs oder sieben Spiele gehen, ist meine Meinung und dann wird es Wolfsburg oder München. Für mich entscheidend, wo man wirklich mal so einen Fingerzeig sehen kann, wo es hingeht, ist das Spiel am Dienstag in München, weil, wie gesagt, Wolfsburg auswärts deutlich stärker ist, sie wissen jetzt, was sie erwartet und die sind eine gute Mannschaft und wenn sie das aufs Eis kriegen und sich das Spiel holen, dann holen sie sich die Serie. Ja, und Mike Stewart ist halt, der kennt München, Markus. Er ist ein super Coach und was bei Stewart auch ganz auffällig ist, ähnlich wie bei Rowe oder bei French, die schaffen es, ein Drittel zu analysieren und wirklich umzustellen, dass es im nächsten Drittel besser läuft und spätestens aufs nächste Spiel und ich bin sicher, dass Wolfsburg komplett anders spielt am Dienstag. Wir sind gespannt und schauen dann jetzt direkt auf den Tag heute, wir nehmen ja jetzt heute am Sonntag auf natürlich und da haben zwei Teams dieses, ja, diese Playoff-Viertelfinale eröffnet, nämlich Bremerhaven und Ingolstadt. Bremerhaven hat mit 6 zu 4 gewonnen. Wir reden, glaube ich, auch gleich nochmal über diese torreichen Spiele, kommen wir gleich zu dem Nächsten dann danach noch. Ja, Bremerhaven als Hauptrundenerster gegen eben Ingolstadt, die sich gegen Köln durchgesetzt haben, 6 zu 4. Markus, ist das, diese hohen Ergebnisse, hast du damit gerechnet bei dem Spiel? Also, dass Bremerhaven viele Tore schießen kann, das haben wir, glaube ich, in der Saison jetzt auch schon öfter gesehen. Ja. Mich hat es eher gewundert, dass es dann noch so knapp geworden ist, weil ich hatte, ich habe es nicht geguckt, ich habe nur im Ticker gelesen, aber dann stand es ja einfach schon 4-0, dann hat Ingolstadt den Torhüter gewechselt und plötzlich lief es in die andere Richtung. Also das ist, fand ich sehr, sehr spannend, wie das, ja, manchmal so laufen kann. Ja, der Knackpunkt für Ingolstadt war tatsächlich eine Überzahl. Da hat man dann 5 gegen 3 gespielt und hat da das 4-1 gemacht und dann bei 5 gegen 4 gleich das 4-2. Das war so die Initialzündung und dann mit Bertrand noch, für mich ist es sogar ein bisschen ein glückliches Tor, aber wer das Tor macht, hat recht. Also, mich hat es schon gewundert, dass das Bremerhaven so solide rauskam, aber für mich war das heute auch kein wirkliches Playoff-Spiel. Es wurde dann zum Ende wieder ein bisschen hitziger, aber wenn du jetzt gestern Straubi gegen Schwenningen gesehen hast und München gegen Wolfsburg, da sind die Checks nur so geflogen. Spieler haben Helme, Handschuhe, Schläger auf dem Eis gesucht. Das habe ich in dem Spiel eigentlich nicht einmal gesehen und für mich war da von der Energie auch viel weniger drin und ich glaube, das ist schon ein bisschen auch die Stärke von Bremerhaven dieses Jahr, dass sie alle Spiele irgendwie langsam und langweilig aussehen lassen, weil sie sie halt gut kontrollieren und auch das 1-0 wieder vom Mauermann so ein typisches Bremerhaven-Tor auch irgendwie Schuss aufs Tor, zwar jetzt nicht wahnsinnig gute Sicht, aber eigentlich schon genug meiner Meinung nach dann glaube ich an den Arm innen oder an die Blockerhand innen und dann unter dem Arm durch, also kein schönes Tor, auch von McKenzie das Tor irgendwo angeschossen von Kälble glaube ich und rein, das sind so Tore, ich meine, wenn sie frequentiv fallen, dann ist das Können, das braucht man nicht reden, das ist kein Glück, aber das ist so irgendwie, wenn es läuft, dann läuft es und dann fallen solche Tore und so war es da auch irgendwie von Ingolstadt kamen irgendwie gar keine Aufbäume nach dem 4-0, ich habe auch das Gefühl gehabt, die haben das Spiel schon komplett aufgegeben gehabt, kein harter Check, kein Zeichen, komischerweise dann eben Bremerhaven schwächt sich selber durch die zwei blöden Strafen, finde ich auch und macht es halt dann nochmal spannend, aber auch da war dann für mich jetzt auch nicht wahnsinnig Pfeffer drin, wenn ich wirklich rausheben möchte ein bisschen ist der Leon Hüttl, der macht für mich schon in den Pre-Playoffs saustarke Spiele, auch jetzt wieder wahnsinnig abgeklärt, ruhig, fällt kaum auf, macht aber unfassbar viel richtig und was mir besonders bei ihm gefällt, was mich bei Boudi wahnsinnig nervt, Boudi ist wahrscheinlich der bessere Verteidiger von beiden, weil der auch punktemäßig besser auftritt, aber diese ständigen Provokationen und dreckigen Sachen quasi unter der Gürtellinie oder wenn halt die Schiris nicht hinschauen, das geht mir so auf den Senkel, ganz ehrlich. Wir haben auch Spieler in München und irgendwie hat jede Mannschaft Spieler drin, die unter die Haut gehen und provozieren können. Bremerhaven darf da gerne an Markirnen letztes Jahr denken, den hatten sie ja auch gefressen. Das ist ja auch okay und ich mag sowas schon auch, wenn das jemand kann, aber halt immer und ständig, auch in der Serie schon davor gegen Köln, es geht mir so auf den Senkel und ich verstehe ehrlich gesagt nicht die Schiedsrichter, warum sie das nicht einfach mal unterbinden und sagen vor dem Spiel, hey, lass den Scheiß, wenn ich sehe, marschierst du. Und ja, aber solange man das halt ungestraft so weiterlaufen lässt, es ist ja nie was Schlimmes, aber es ist halt nervig einfach. Ja, das unterbricht halt auch so in gewisser Weise diesen Spielfluss, den man dann hat. Ja, ist kein schönes Eishockey. Ja. Er ist ein genialer Spieler und hat es eigentlich für mich nicht nötig. Und in dem Spiel hat man ja auch gesehen, es ist einfach auf keinerlei Grund gefallen, dass er sagt, ja, da habe ich zwei, drei Spieler rausgebracht. Aber gut, deswegen komme ich zum Positiven zurück. Leon Hüttel macht es für mich sensationell und auch jetzt, glaube ich, mit 27 Minuten im Schnitt schon wieder in den Playoffs. Wahnsinn, was der runterreißt zusammen mit Bode. Bin gespannt, ob das aufgeht für Ingolstadt über die längere Zeit. Sonst kann man da sagen, glaube ich, die zwei müssen noch so ein bisschen das Playoff-Hockey finden. Ja, das ist ja das, was man im Vorfeld ja auch so ein bisschen gehört hat. Also klar, Bremerhaven als Erster, sind wir immer im Viertelfinale gescheitert. Das ist halt, das klebt halt so ein bisschen auch mit dran und wenn es dann halt in die entscheidenden Phasen geht, Ingolstadt letztes Jahr bis ins Finale gekommen, das ist dann schon auch eine erfahrene Mannschaft auch mit French an der Bande. Ich möchte noch vielleicht Lukas Kälbjerg herausheben mit zwei Assists, hat mir sehr gut gefallen, sowieso eine Top-Saison gespielt auch im Bremerhaven. Markus, wie schaut es aus, sagst du jetzt mal hier Fischtauen ins Halbfinale gegen Ingolstadt oder sagst du Ingolstadt zu abgebrüht, die reißen das Ding noch rum? Ich wünsche mir einen Sweep für den Fischtauen. Du wünschst dir einen Sweep, wir dürfen noch nachfragen, was ist da los? Ja, Ingolstadt ist... Spielt da so ein bisschen die Augsburger Rivalität noch mit rein. Vielleicht ein kleines bisschen. Wir versuchen ja eher neutral zu bleiben. Ich weiß, Markus und Stefan, das klappt nicht immer, aber nee, wenn es dein Tipp ist, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Also tatsächlich, dadurch, wie Bremerhaven die Hauptrunde gespielt hat und wie abgeklärt die das gemacht haben, denke ich tatsächlich, dass es gegen Ingolstadt möglich wäre. Weil ich finde, von den Konstruktionen her passt es irgendwie, dass Ingolstadt sich da ein bisschen nicht reinfindet oder zu unruhig ist und Bremerhaven die einfach abkocht. Ja, glaube ich auch. Also wie viele spielen? Ich sage, der Sweep. Der Sweep, okay. Der steht. Notizema Sweep, Markus. Okay, ja Stefan, jetzt musst du hier nachlegen. Ja, also ich verstehe die Folgerung. Also Markus von Sharkbite hat es ja vorhin auch schon gut gesagt, Ingolstadt war jetzt nicht wahnsinnig dominant oder hat eine tolle Pre-Playoff-Serie gespielt. Sie hatten halt den besseren Trainer hinter der Bande stehen. und ich glaube, ein Puppisch lässt sich nicht so leicht auscoachen und wird genauso an Rädchen drehen wie ein French. Von daher bin ich auch voll dabei, dass das Bremerhaven die Serie zieht. Wir haben es auch heute ein bisschen im Post geschrieben. Die Experten schreiben ja schon wieder, Bremerhaven zu wenig Playoff-Erfahrung und so weiter. Ich habe ja auch, habe ich schon zugegeben, am Anfang der Saison das erste Mal den Fehler gemacht, dass ich Bremerhaven unterschätzt habe und mal nach unten getippt habe. Den Fehler mache ich jetzt nicht wieder und schließe mich dann nicht der Expertenmeinung an und schließe mich der Markusmeinung an, unseren Bulli-Experten sozusagen. Ich sage, es geht über fünf und es gewinnt Bremerhaven im Fünften. Ja, also wäre es langweilig, wenn ich jetzt auf Bremerhaven auch tippen würde. Ich hatte aber vorher auch schon mir Gedanken gemacht und ich glaube tatsächlich, dass Ingolstadt das zieht. Nicht jetzt, weil ich mich jetzt da anschließe, ja, Bremerhaven ist nicht so erfahren. Ich glaube einfach, dass Ingolstadt je länger, wenn die Serie länger geht, dass sie immer unangenehmer zu spielen sind. Klar, wir haben es jetzt letztes Jahr im Finale gesehen, das war auch nicht einfach, aber French weiß, glaube ich, schon genau, auf was er sich da einlasst. Und du sagst, dass Bremerhaven, also so würde ich das jetzt mal frei interpretieren, dass die zwar nie spektakulär spielen, aber sie spielen erfolgreich. Das ist alles schön und gut. Ich glaube aber, dass da zwei so Systeme aufeinander treffen, die das Ganze wirklich sehr, sehr spannend machen. Da werden meiner Meinung nach, also ich bin da gar nicht bei Markus, ich glaube, da werden wirklich Nuancen entscheiden. Ich glaube, das geht über sechs Spiele und der ERC Ingolstadt wird sich dann durchsetzen. Ich glaube auch, dass es enge Spiele werden. Also ich glaube auch nicht, dass das Bremerhaven Ingolstadt wegfegt. Aber Bremerhaven hat eigentlich alles, was eine erfolgreiche Playoff-Mannschaft ausmacht. Die haben bockstarken Goalie, die sind defensiv absolut solide und in Special Teams brutal stark. Die haben heute auch wieder zwei von drei Powerplays gemacht. Also ich glaube, das killt dich irgendwann. Und wie gesagt, Bodi und Hüttl sind die Top-Verteidiger. Und es klappt zwar immer wieder, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das aufgehen soll, wenn zwei Verteidiger 30 Minuten im Spiel fressen. Ja gut, das hatten wir letztes Jahr ja sowohl bei Wolfsburg einmal und bei Ingolstadt einmal. Ja, es ist echt seltsam, dass das immer so tief reingeht. Warum entweder das nicht alle dann machen oder also auch jede Mannschaft hätte ja so jemanden, die solche Minuten runterschrubben können. Ja. Aber ja, mal schauen. Mal schauen. Unsere Tipps sind ja sowieso immer, immer sehr gut. Ja. Ist ja auch egal. Definitiv top. Wir werden das Ganze definitiv dann abgleichen. So, wir kommen zur letzten Partie, die ist jetzt gerade kurz vor Beginn dieser Aufnahme zu Ende gegangen. Und ei, ei, ei. Die Adler Mannheim gewinnen in Berlin mit 7 zu 1. Also ich glaube, hier in der Runde können wir schon mal sagen, das hat keiner von uns erwartet. Markus, du hast auch noch mal zweimal drauf geschaut, ob die 7 stimmt. Ja, also das hätte niemand erwartet. Und so wie Mannheim die Hauptrunde gespielt hat und so wie Berlin vor allem die Hauptrunde gespielt hat, dass dann sowas rauskommt. Okay, wir hatten ja währenddessen auch die ganze Zeit in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und da waren wir so, ja, okay, schauen wir mal. Und irgendwann hieß dann nur noch, naja, viel wird sich da nicht mehr tun. Also, verrückt. Also ich glaube, da muss man gerade Kühnackler und Läubel herausheben in dem Spiel, die sich wirklich gegenseitig einfach nur so zuschieben und die Dinger machen. Wahnsinn. Ja. Kühnackl, also ein Tor, drei Assists. Natürlich ein Wahnsinnsspiel. Und ja, ich habe es nicht erwartet, gebe ich auch zu. Ich finde, Mannheim hat den Schwung jetzt einfach mitgenommen seit der Deutschland-Länderspielpause mit Gawanker als Zusatz. Der ist einfach brutal. Und ich finde, dass er defensiv gar nicht so viel mehr bringt. Aber offensiv, der Output ist einfach brutal. Schon in der ersten Playoff-Runde ging es wahnsinnig ab. Heute hat er, glaube ich, keinen Punkt gemacht. Aber er war halt ständig gefährlich. Und du siehst einfach, dass Berlin da auch immer ein Auge auf ihn hatte. Und das ist halt einfach schon mal Gold wert. Du ziehst einen Stürmer nach vorne. Dadurch haben die Spieler in den wichtigen Bereichen um den Slot mehr Platz. Swords war heute sehr stark zu den beiden schon genannten. Defensiv war man bombensicher gestanden. Wenn sie das wirklich dauerhaft auf die Reihe kriegen, ist das genau der Favorit, den jeder eigentlich vor der Saison getippt hat. Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe es auch nicht so erwartet. Ich habe auch große Teile des Spiels gesehen. Ich fand schon irgendwie, man kann jetzt bei sieben Toren nicht von Glück sprechen, aber es sind schon ein paar Pucks auch reingefallen. So wie wir es vorher auch gesagt haben, Stefan. Also die fallen halt da mal rein, wenn es gut läuft. Ja, klar. Also heute lief es rund. Ich denke mal, Berlin muss sich jetzt da nicht krämen. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Und für Mannheim ist das schon perfekt gelaufen. Also die haben die Hauptrunde durchgespielt. Dann haben sie zwei Spiele dieses Mal in den Pre-Playoffs oder in der ersten Playoff-Runde gemacht, haben es aber bei Zweien eben rumgebracht und hatten dadurch auch genug Zeit, sich auszuruhen und vorzubereiten. Also sie waren im Schwung, waren aber nicht gerädert oder waren eben schon erholt. Und Berlin wird es halt wie jeder Viertelfinalist, natürlich die Pre-Playoff-Woche auch und am Ende der Hauptwoche ordentlich Kraft und Kondition gebolzt haben. Ich finde, im ersten Drittel hat man einfach deutlich gesehen, Berlin spielt noch nicht mit. Da stimmt es einfach noch nicht. Da lief es bei Mannheim einfach wahnsinnig rund. Auch wenn die meisten Tore dann tatsächlich im zweiten Drittel oder die Wendung des Spiels im zweiten Drittel mit sich genommen hat. Ich finde, gerade Berlin kam da besser rein. Und auch im dritten Drittel hat man gesehen, da ist schon was da. Sie müssen das jetzt auf die Kette kriegen. Ich fand es ein bisschen besorgniserregend, dass sie halt im dritten Drittel dann doch so viele Abstimmungsprobleme hatten, dass halt Pässe nicht angekommen sind, Laufwege teilweise komplett in die andere Richtung gingen als der Pass. Das hat mir auch in München in einem letzten Spiel so ein bisschen Sorgen gemacht. Aber auch da warten wir mal auf Spiel zwei. Ich bin sehr gespannt, ob wir das bei Berlin dann wiedersehen, dass es so gar nicht läuft. Ich glaube tatsächlich, dass sie das Spiel jetzt einfach gebraucht haben, um reinzukommen. Und es ist halt gegen Mannheim immer relativ gefährlich. Es ist halt dann nicht irgendeine Laufkundschaft aus der ersten Playoff-Runde, wo man normalerweise so erwartet. 2-0 solltest du in der Serie nicht zurückfallen. Ja. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, die natürlich die ganzen wichtigen sind auf Seiten der Mannheimer, wenn man jetzt auf die gewonnenen Bullys schaut, da ist es einigermaßen, also 44 zu 55 Prozent, also 44,26 zu 45, 55, 74. Ja, aber wenn man sich jetzt beispielsweise die Powerplay-Effizienz anschaut, 3 von 5 bei Mannheim und 0 von 4 bei Berlin, das kann dir halt auch schon mal den Weg ebnen. Eure Tipps, wie weit geht es in der Serie? Und wer holt das Ganze? Stefan, du darfst mal beginnen, das muss man mal andersrum machen. Ich glaube, dass das eine lange Serie wird und ich sage, die Adler holen es im siebten Spiel, weil sie die körperlich bessere Mannschaft haben. Sie haben auch heute körperlich absolut dominiert, haben die Leute, die die Scheibe reinmachen können und da eben nicht nur einen. Und ich glaube, sie haben jetzt wirklich zu sich gefunden als Mannschaft und deswegen Mannheim in sieben. Ich sage, Berlin schüttelt sich und erholt sich noch mal ein bisschen und macht das in sechs. Ja, blöd, Markus. Ich habe nämlich den gleichen Tipp tatsächlich. Ich glaube auch tatsächlich, dass ein Teil der Antwort von mir oder Teil meiner Begründung hat Stefan schon genannt, weil ich glaube, dass die Berliner jetzt so, war vielleicht das richtige Ergebnis zur richtigen Zeit, dass sie dann wieder reinkommen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Klar ist, Heimrecht ist jetzt weg, wie man so schön sagt, aber bei den zwei Teams, also Heimrecht, ich muss mal ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich eine gefühlte Finalpartie, wenn man so will. Ich glaube, dass Berlin das Ganze noch zieht in sechs Spielen, aber es wird verdammt eng. Das ist doch das Schöne. Das wäre doch blöd, wenn wir Recht hätten, oder? Ja, wahrscheinlich hat gar keiner Recht und es wird ein Sweep vom Mannheim oder so. Es kann alles passieren tatsächlich. Ja, wie gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht richtig tippen, weil das ist doch gerade der Spaß. Also so wie man es sich überlegt und sich ausmalt, so kommt es ja am Ende nie. Und würden wir jedes Mal richtig tippen, dann wäre der Sport doch langweilig, weil dann wäre er berechenbar. Ja, ja, aber es ist aber trotzdem witzig, dass wir uns dann nachher mal, vor allem wenn wir dann im Halbfinale wieder sprechen können, mal sagen können, ey, wir hatten überhaupt keine Ahnung mal wieder. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, zum Abschluss dieser Episode haben wir uns überlegt, was machen wir? Wir haben ja eigentlich immer, sind die verschiedenen Positionen durchgegangen. Wir haben uns jetzt mal darauf geeinigt, dass wir die Preplayoffs mal so zur Grundlage nehmen, auch dieses erste Spiel noch mit rein, um da die verschiedenen Positionen durchzugehen. Wer waren denn eure, ja, Top-Spieler, wo ihr gesagt habt, jo, den habe ich gerne zugeschaut. Markus? Ich habe mich beim Torwart für Treutler entschieden. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Er war eigentlich so die Grundlage, dass Nürnberg so lange im Spiel war und mitspielen konnte. Dann habe ich mich für Schütz entschieden, als Stürmer bei den Kölnern. Der Hedrick war natürlich in aller Munde, haben wir alle mitbekommen, haben wir gesehen, war geil. Und auch sonst ist da so ein Unruheherd, der immer wieder für Ärger vorne sorgt. Und dann als letztes ein Spieler, über den Stefan jetzt auch schon ganz viel geschwärmt hat, nämlich Gawanke als Rückgrat der Mannheimer Offensive und so der Spielgestalter, der das ja wirklich lenkt und denkt und das natürlich auch vor allem im Powerplay. Ja, sehr solide Tipps würde ich alle auch unterschreiben. Ich nenne mal einfach andere. Ich fange jetzt mal vorne an. Linden Way hatte ich schon mal angesprochen im Pulscheck, auch heute wieder eine Augenweide. Einfach was der Kerl für eine On-Eis-Vision hat, wo der die Spieler stehen sieht. Das ist nicht immer die Vorlage zum Tor, hat er heute auch eine brutal schöne gemacht. Aber es sind auch die kleinen, einfachen Pässe, die einfach bei Mannheim dann viel Räume öffnen, die man gar nicht gesehen hat. Finde ich einfach einen wahnsinnig tollen Spieler. Ich habe ja gerade auch schon über ihn geschwärmt, Leon Hüttl wäre meine Wahl. Wobei ich da echt überlegt habe, weil Tine Braun hätte es auch verdient gehabt. Wirklich tolle Serie gespielt. Lange her, dass man ihn so gut Eishockey spielen hat sehen. Gönne ich alles. Aber Hüttl war schon für mich top da. Aus allem rausgehalten. Trotzdem grundsolide Performance. Und im Tor wäre ich tatsächlich auch bei Treutle. Aber um jemand anderen zu nennen, wäre Garteik. Er hat jetzt im ersten Spiel natürlich echt die Hütte vollgekriegt und hat da auch nicht top performt, muss ich auch wirklich sagen. Da waren schon ein, zwei Softe dabei. Aber was ich wirklich beeindruckend fand, war dieser Rebound oder dieses Zurückkommen in Spiel 2 dann mit einer Fangquote von über 95 Prozent. Und da hat er wirklich einfach die Mauer aufgebaut vom Tor. Also Köln hätte das Spiel durchaus ziehen können. Aber Garteik war da überragend. Und im dritten Spiel hat er es dann genauso nochmal gezeigt. Ich bin jetzt gespannt, was so eine Serie bringt, weil heute die Tore konnt er wenig bis nichts dafür. Wie gesagt, das Erste war wieder so. Hat er, glaube ich, schon gesehen. Hätte er gerne zurück. Und Williams hat dann eine grundsolide Sache gemacht. Vielleicht wäre es tatsächlich auch mal zu überlegen, als French dann zu sagen, ich lasse mal den Williams starten. Weil ich glaube, ich habe auch das Gefühl, die Ingolstädter verteidigen besser, wenn Williams im Tor ist. Warum auch immer. Das hat man ja oft so das Gefühl, dass wenn der vermeintlich schwächere Torwart ist, dass die Verteidigung konzentrierter spielt. Und schlecht hat er eben seine Sache heute auch nicht gemacht. Er hat nur eins gefangen. Und es war ein gutes Selbst dabei. Auch da solide Tipps, muss ich schon sagen. Also diese Liga, wir hatten es in der Hauptrunde ja schon gesagt, super interessant. Und ja, die heißeste Phase der Saison geht jetzt los. Wir bleiben dabei. Wir wollten eigentlich eine komprimiertere Version des Pulschecks euch liefern. Das hat natürlich mal wieder nicht geklappt. Aber ja, ich hoffe mal, ihr hattet trotzdem Spaß da draußen. Wir werden uns so irgendwann so um das Halbfinale, würde ich sagen, mal wieder melden, oder? Ich weiß noch nicht so wann genau, aber ihr werdet von uns hören. Ihr werdet von uns Post bekommen. Also. Vielleicht gibt es ein Ostergeschenk ins Nest. Naja, ja wunderbar. Die Vorlage hätte ich natürlich direkt mal aufnehmen können. Da sind wir bei verpassten Playoff-Möglichkeiten. Naja. Liken teilen. Ja, sagt uns eure Meinung zu den bisherigen Playoff-Partien. Ob wir gut getippt haben, ob wir schlecht getippt haben, könnt ihr euch gerne auslassen bei uns in den DMs auf Instagram oder auf den jeweiligen Social-Media-Plattformen. Wie gesagt, wir haben stände Bewertung. Wird uns sehr freuen, das gesamte Bulli-Team. Und dann sagen wir zumindest in dieser Runde Servus und ja, bis zum Halbfinale. Bis denn. Servus. Ciao. Servus. 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 Servus.